Willkommen bei Andorra. Nein, natürlich nicht im Kleinstadt zwischen Frankreich und Spanien, sondern beim Drama des Schweizer Autors Max Frisch. Sein Stück wurde 1961 uraufgeführt und ist aufgrund der Thematik auch noch heute hochaktuell. Urteile selbst! Das Drama spielt in Andorra, wobei es sich bei dem Namen um ein Modell und nicht um den in Wirklichkeit existierenden Kleinstaat Andorra handelt. Im Mittelpunkt steht der 20-jährige Andri, der vom Lehrer Kahn als jüdisches Kind vor den Schwarzen, so werden die feindlichen Bewohner des Nachbarstaats genannt, gerettet und aufgezogen wurde. Daher wächst Andri mit der Vorstellung auf, dass er ein Jude sei. Während die Lehrertochter Barblin das Haus ihres Vaters Kahn weisselt, beobachtet der Soldat Paida sie und macht anzügliche Andeutungen, die Barblin mit der Bemerkung abweist, dass sie verlobt sei. Währenddessen verhandelt der Lehrer Kahn mit dem Tischler, um seinem Pflegesohn Andri eine Lehrstelle zu besorgen. Der Tischler willigt nur zu einem hohen Abwehrpreis ein, Andri als Lehrling aufzunehmen, denn er ist der Meinung, dass Juden nicht zum Tischler geeignet seien. Im nächsten Bild unterhalten sich die beiden heimlich Verlobten Andri und Barblin in deren Kammer über die Vorurteile, mit denen sich Andri als Jude konfrontiert sieht. Barblin versichert Andri, der sich ausgeschlossen und ungeliebt fühlt, ihre Liebe und möchte zu ihm stehen. Als Tischlerlehrling wird Andri erneut mit den Vorurteilen und der Ungerechtigkeit ihm gegenüber konfrontiert. Andri hat seinen ersten Stuhl fertiggestellt, den der Tischler nun prüft. Als er einen falschen Stuhl prüft und dieser unter seinem Gewicht zusammenbricht, stellt der Tischler Andri als Versager dar und führt seine Unfähigkeit auf seine Herkunft als Jude zurück. Die Hinweise Andris, dass es sich dabei nicht um seinen Stuhl handelt, werden vom Tischlermeister ignoriert. Ähnlich ergeht es Andri bei einer ärztlichen Untersuchung im Hause des Lehrers. Der Doktor äußert sich zunehmend antisemitisch, worauf Andri schließlich den Raum verlässt. Als der Lehrer Kahn hinzukommt, stellt er sich auf Andris Seite und wirft den Doktor aus dem Haus. Am Ende des nächsten Bildes hält Andri um die Hand von Barblin an, doch der Vater Kahn lehnt den Heiratsantrag vehement ab. Andri denkt darauf hin, dass der Grund seine jüdische Abstammung ist und dass sogar sein Pflegevater ihn ablehnt. Nachdem er den Heiratsantrag abgelehnt hat, geht der Lehrer Kahn ins Wirtshaus, um seine Gewissensbisse mit Alkohol zu betäuben. Er möchte endlich mit den Lügen aufhören und Andri die Wahrheit sagen, nämlich, dass Andri sein leiblicher Sohn ist. Andri legt sich währenddessen, aufgewühlt vom Gespräch mit seinem Vater, vor Barblins verschlossener Tür nieder und schläft ein. Dabei bemerkt er nicht den Soldaten Paida, der sich heimlich in Barblins Zimmer schleicht. In der Zwischenzeit ist der Lehrer betrunken nach Hause zurückgekehrt und möchte Andri die Wahrheit gestehen, doch dieser interessiert sich nicht für die Worte seines Vaters, sondern beschimpft und beschuldigt ihn, genau die gleichen Vorurteile wie alle Andorraner zu haben. Daraufhin geht Kahn und Andri versucht gewaltsam, die Tür von Barblins Kammer zu öffnen. Da kommt der halbnackte Paida aus dem Zimmer und Andri fühlt sich nun ebenfalls von Barblin hintergangen. Auf Wunsch der Mutter spricht der Pater mit Andri. Er möchte Andri dazu bringen, sich als Jude anzunehmen und nicht zu versuchen, wie die anderen zu sein. Andri ist jedoch verzweifelt, weil er sich immer als anders fühlt und von den Andorranern ständig mit Vorurteilen über Juden konfrontiert wird. Niemand würde ihn lieben, nicht einmal er sich selbst. Als die Andorraner sich aufgebracht über die Schwarzen unterhalten, welche bereits vor den Grenzen Andorras stehen, taucht eine unbekannte Signora, eine Schwarze, auf. Sie hat sich ein Zimmer beim Wirt gemietet und möchte nun im Wirtshaus etwas trinken. Ebenfalls anwesend ist der Soldat Paida. Andri kommt hinzu und wird von Paida provoziert. Ein Streit bricht aus und Andri wird von den Begleitern der Soldaten festgehalten, damit Paida ihn verprügeln kann. Daraufhin verlangt die Signora einen Arzt. Der Wirt lehnt dies ab und gibt Andri die Schuld an allem. Die Signora fordert Andri auf, sie zu Kahn zu bringen. In einem Gespräch zwischen der Signora und dem Lehrer Kahn stellt sich heraus, dass Andri das uneheliche Kind Beider ist. Der Lehrer hat die Wahrheit verschwiegen und ihn stattdessen als ein Judenkind, das er von den Schwarzen gerettet hätte, ausgegeben. Auch jetzt traut sich der Lehrer nicht, Andri die Wahrheit zu sagen, sondern überlässt dies dem Pater. Andri trifft noch einmal auf die Signora, ohne zu wissen, dass es seine Mutter ist. Zum Abschied schenkt sie Andri einen Ring. Der Pater versucht Andri die Wahrheit zu sagen und ihm klarzumachen, dass der Lehrer und die Signora seine leiblichen Eltern sind und er somit kein Jude. Doch Andri hat inzwischen seine Judenrolle angenommen und so sehr verinnerlicht, dass er dem Pater keinen Glauben schenkt. Der Lehrer kommt dazu und berichtet, dass die Signora mit einem Stein getötet wurde und dass man Andri als Täter vermutet. Zwischenzeitlich sind die Schwarzen in Andorra einmarschiert, ohne dass die Andorraner Widerstand geleistet hätten. Bei einem letzten Gespräch teilt der Lehrer Andri mit, dass er allen Andorranern die Wahrheit über Andris Herkunft gesagt hat. Er versucht, sein feiges Handeln zu erklären, doch Andri weigert sich weiterhin, die Wahrheit anzuerkennen. Er ist bereit, sein Schicksal, zu sterben, anzunehmen. Andri sucht Barblin von Eifersucht getrieben in ihrem Zimmer auf und möchte mit ihr schlafen. Diese lehnt ab und betont dabei, dass sie Geschwister seien. Das Gespräch der beiden wird von den eintreffenden Soldaten unterbrochen, die Andri zur Judenschau abführen. Schließlich versammeln sich alle Andorraner zur Judenschau auf dem Platz und erhalten schwarze Tücher von den Soldaten der Schwarzen, um sich damit zu vermummen. Außerdem müssen sie ihre Schuhe ausziehen und stumm unter den Augen des Judenschauers über den Platz gehen. Andri wird schließlich angehalten. Er wird als angeblicher Jude enttarnt und muss seine Taschen leeren. Er soll den Ring der Signora vom Finger nehmen. Als er sich weigert, den Ring abzunehmen, wird ihm der Finger abgeschnitten und er wird abgeführt. Der Lehrer macht den Andorranern schwere Vorwürfe, doch die wenden sich alle ab und kehren zu ihrem Alltagsleben zurück, als ob nichts geschehen wäre und sind sich ihrer Schuld nicht bewusst. Am Ende des Dramas ist die kahlgeschorene Barblin wieder am Weißeln und hat laut der Aussage des Paters über den Tod ihres Bruders und ihres Vaters, der sich erhängt hat, ihren Verstand verloren. Uff, was für eine tragische Geschichte. Möchtest du mehr über den Aufbau und die Figuren des Dramas wissen? Dann tippe oder klicke hier links auf das nächste Video oder auf unsere Andorra-Playlist. Wir freuen uns sehr, wenn du ein kostenloses Abo dalässt und das Video an deine Freunde teilst. Bis bald, mach's gut und ciao!